angenehm was läuft hier mein auto ist nicht gefahren das war strange sehr schön das war schönes ding so weit ist vorne also bleibe ich in ganz klarer regel der rotation und dann versuche ich das zu verhindern was ich gerade gemacht habe zu paniken gut verteidigt und ich auch ein bisschen loben ich habe gar kein brust also so gar kein das ist noch dran gekommen sehr gut ja nicht gemacht hätte ich ihn gemacht vor meiner nase hat er den geklaut der sack aber egal tun tun wir sind ein team so er nimmt so ich nehme den abprall der war sehr schlecht geschossen ja wenn er so verkackt dann darf ich auf gar keinen fall vorbeifliegen dann muss ich treffen ok er lenkt ihn rüber das ist gut kommt spiele noch mal in die mitte spiel doch ich bin da leute spiel doch ich bin doch da gut dass er auch geflogen ist und keiner dran ist er stark 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 schön vorstor und dann sehr gut erst erst mit m hd super freundlicher mindest haltbarkeitsdatum das habe ich verkackt ich habe gerade ganz woanders hingeguckt konzentriert bleiben konzentriert bleiben leute ich bin da gegen afg gegen klar oder am team festen team nein wir zerbrechen jetzt nicht mindest haltbarkeitsdatum du machst das schuld 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 auch der wichtig der war wichtig der geht doch fast das kann nicht wahr sein das kann echt nicht wahr sein der mit dem bus cloud und der war schlicht er war so schlecht aber er war ganz gut gerettet ich muss einfach die fresse halten schon das ist so ich muss einfach das maul halten oh mein gott einfach mein ball sein müssen machen was so gut gespielt gut gespielt er hat gesehen zack ich fahr raus also sehr gut sehr gut nein da haben wir glück gehabt dass der medium kathie den ball geklaut hat oh schade das tor wo steckt hier mein auto hallo 4 zu 3 das dürfen wir auf gar keinen fall verlieren was soll ich denn einfach weg spielen was soll ich denn einfach weg spielen bitte 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 nein warum warum ist karma so eine bitch neeeeeeeeeIn warum spielt er den ich wollte ausholen und dann nein 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 es ist wirklich zum kotzen guckt euch diesen kackballer an nein mein mate ist enttäuscht oh gott haben wir dieses spiel noch verloren katastrophe aber hier kommt euch das mal an und turn 2 sind wir tatsächlich am besten gold 2 und sind dann auch da schon in der liga 4 also ich will nichts hören